So, da bin ich wieder und wir machen jetzt, ich weiß nicht, also wie gesagt, Slashman auf keinen Fall. Der wird das letzte Übel. Ich mach jetzt dieser Rennfahrermann oder der Schatten-Vampir-Mann. Ich mach den Rennfahrermann. So. Oh. Domo-Mann. Das klingt nach Tod. Den Todoman. Warum lach ich? Nein! Das hab ich jetzt gemacht. Verdammt. Okay. Ich mach einfach mal ein Safe-State, weil ich's kann. Keine Ahnung. Oh. Ja, wir sind also hier bei der Formel 1 auf dem Nürnberg. Fick dich. Auf dem Fickring. Es sieht nach Tod aus. Oh Gott. Und wie das einfach mal nur nach Tod aussieht. Ich kann gar nicht in Worte fassen. Wie das... Verdammt. Hallo? Was zum... Wie bitte? Und er setzt... Ja, genau. Nee, ich dachte, er setzt einen Rückwärtsgang ein. Das wär's ja noch gewesen, ey. Gut, also den mag ich schon mal nicht. Äh, sind die killbar? Wie bitte? Wie bitte? Hallo? Okay. Nur wenn sie die Augen offen haben. Abpaus-Spaß mit Michael. Kinderquatsch mit Michael. Die schönste Sendung der Welt nicht. Gut. Ähm. Meine Güte. Hab ich ne Lust. So. Gut, hör, ich hab ne Lust auf dieses Spiel. Wahnsinn. So. Weiter, 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 weiter. Ach, die Reifenstelle. Na klar, doch, ey. Hab ich so eine Lust drauf. Weißt du? Ach du Kacke. Wird das ein Kack. Das wird ein richtiger Kack. Lieg ich richtig in der Annahme, dass wenn ich da jetzt unten runterfalle, ich wahrscheinlich wieder unten... Ich will es gar nicht rausfinden. Dann bin ich tot. So. Gut. Ach du, nein. Ich flirr uns rasch, 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 ey, rasch, rasch. Was macht eigentlich der Wild Coil? Äh, ja. Der Wild Coil ist zum Wegwerfen da für die Tonne. Jetzt wissen wir schon mal deutlich mehr, aber Rush und seine Lebensweisheiten mit Tante Annegret und Irma und allen zusammen. Gut. Was ist das? Wie bitte? Nein. Ist klar. Ist das ein Kacke oder muss ich die ganze Kacke nochmal von neu machen oder wie? Never. Ey. Ist das eine Kacke? Ernsthaft? Wir hatten da bitte da noch Bock auf das Spiel. Es ist zum Kotzen. Ja, natürlich. Oh nein, da steigt meine Freude auf das Spiel ins Unermessliche, wenn ich so eine Kacke sehe. Ernsthaft? Nee. Ich habe ja schon wieder gar keinen Bock drauf. Okay. Ich habe Lust auf das Spiel. Wie wisst du? Ich würde niemals sagen, weil Megaman erfüllt mein Holz. Mein Holz mit Sterz. Was? Hahaha. Okay. Erfüllt mein Holz mit Sterz. Was? So. Gut. Gut. Ja, komm Rush. Du weißt ja. Deine Aufhabe, wa? Komm her. Rush. Komm Rush. Wir erkunden die Welt mit Rush, dem Keul. Oh nein, ich brauche den Rush. Ich lasse es singen sein. In Zukunft. In 1000 Jahren. Ja, ist logisch. Oh nein, ich sehe überall Tod. Ich sehe überall Tod und Verderben. Ich weiß auch nicht, warum. Das sieht mir wieder nach Runterfall aus. Ich werde maratieren. Nee, es sieht einfach nur nach einer verschissenen Kacke aus. So, also eine Sache erinnere ich mich noch. Ich soll hier irgendwo mit Rush schnuppern. Moment. Ich überlege gerade. War das auf irgendeiner Ampelplattform? Soll ich mit Rush schnuppern? Warte, wie soll ich hier hinkommen? Moment. Wie soll das Ding gehen? Gut, so nicht. Hier, wartet. Wartet, 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 wartet. Ähm, Research. Ja, dann schnuppern mal. Schnuppern. Ja. Findet er was? Er gräbt. Eine Sonnenbrille. Rush. Ich gebe es auf. Ich. Ich habe eindeutig meinen Glauben verloren. Meine jeglichen Glauben, dass dieses Vieh noch irgendwann mal was taugen wird. Das Vieh ist so durch. Wartet, ich muss hier auf die Ampel. Wie komme ich da hin? Habe ich nicht irgendwas? Ne. Ich wüsste nicht, wie ich da rüberkommen soll. Gut, ich habe es geschafft. Alles klar. Weg mit dir. Weg mit dir, Kollege. So. Rush, komm her. Das kann eigentlich nur die einzige Plattform sein. Auf die andere komme ich gar nicht drauf. So. Dann schnuppern mal, Rush. So. Ich bin gespannt, ob ich wirklich was finde. Moment. Moment. Eine Bombe. Du bist so ein unnützer Köter. Es ist nicht mehr. Es ist nicht zum Aushalten, was das für ein Vieh ist. Nochmal. Mein nicht irgendwas mit? Ich kann durch eine Wand gehen oder so? Ich bin aber überlegen. Ich glaube, ich sehe es sogar schon. Moment. Hier? Natürlich nicht. Es ist immer wieder ein Wunschdenken von mir. Dass es klappt. Gut. Wie komme ich denn da vorne hin zum Beispiel? Da. Da auf die Ampel links. Ha. Moment. Moment. Hier ist einfach überall nichts. Nichts. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme, Leute. Leider nicht. Tut mir leid. Ich bin so scheinbar zu doof für diese Welt. Moment. Das sieht verdächtig aus. Ich weiß nicht, warum. Nein. Ähm. Ich weiß nicht, Leute. Seht ihr das hier? Seht ihr, wie ich verdächtig bin? Das ist X. Das X. Was mache ich hier eigentlich? Natürlich. Warum sollte... Auf ein X schnuppern. Bestimmt. Oder? Ja! Oh Gott. Er bellt. Er bellt. Er schnuppert. Er gräbt. Und? Ja. Es wird was. Ich. Ja. Rush. Wie viele? Äh. 100. Ja. Für so ein... Für so ein Wahnsinnsgeheimnis nur 100. Ich fass es nicht. Ey. Geil. Oh Gott. Ich freu mich. Ja, ja. Ich freu mich. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab mal ein Geheimnis gefunden. Und bestimmt wartet. Das will ich noch testen. Das sieht alles so verdächtig aus hier. Aber es wurde was von der Ampel gesagt. Es ist einfach... Ich find wieder die Ampel nicht. Ich bin da für so blöd. Oh, kurz mal husten. Oh Gott. Hoffentlich schneid ich's weg. Oh Gott. Was mach ich hier eigentlich durch? Wow. Muss ich hier wirklich schon runter? Nein. 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 Okay. Was hab ich gemacht? Verdammt. Ähm. Leute. Ich... Ich dreh durch. Das ist nicht wahr. Das kann es nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Ich könnte so kotzen. Oh Gott. Rennen. Rennen einfach mega. Rennen. 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 Nein. Mann. Nein. 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 Ich könnte stundenlang schreien und... Ah. Ich hab's ganz vergessen. Ich war abgelenkt. Ich könnte einfach nur scheißen und kacken und furzen und rülpsen. Ich könnte einfach nur Borsi sein. Gerade. Nee. Nee. Borsi will ich nicht. Also... Nix gegen Borsi. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Anzug. Mhm. Schön. Ist klar. Oh Gott. Ein riesiger Truck, oder wie? Was ist denn das für ein Boss, bitte? Hä? Wie bitte? Was zum... Okay. Spezialwaffe. War's gewirkt? Okay. Das wirkt nicht. Das tut ihm schon mal nix. Gut. Okay. Merk den wir kurz springen. Na, okay. Ich meine, es wirkt. Ja! Ist er tot? Du bist tot, wa? Oh! Kaputt! Sissi! Ahahaha! Schön! Sissi! Meine Liebste! Ach, geil! Geile Kacke! Komm, jetzt kommt noch irgendviel, was mich tötet. Komm schon. Ja, ja. Natürlich. Oh Gott, wenn jetzt nochmal so ein... Oh Gott, wie ich schreien würde. Einfach nur... Oh Gott. Ist klar. Oh, aber da ist die Tür. Die Tür, die mich rettet. Wartet mal. Ich ahne aber was. Ah, klar! Das ist klar. Leute! Ähm, ja. Also, das Spiel ist... Man, man! Es macht Njom und Njom! Oh Gott, nein! Stirb einfach. Nein, das ist schon mal nicht die Waffe gegen dich. Oh Gott, schnell wechseln! Ich muss rausfinden, was die Waffe gegen dich ist. Nein! Toll, Leute! Ihr habt gerade 20 Minuten auf so umsonst zugeguckt. Oh nein! Irgendwie habe ich gerade jetzt schon keinen Bock mehr auf Turbo Man. Das Stage war kacke. Alles kacke. Oh, Leute, der Part war so sinnlos. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich mache immer wieder einen Pause. Ich nehme auch, glaube ich, vorholt nicht mehr weiter auf. Ich mache das die Tage weiter. Gut. Ich sage an der Stelle Tschüss. ... ... Bis zum nächsten Mal.